hey freunde willkommen zum heutigen test wir testen wieder eine dieser drei wunderschönen batterien die hatten wir als erstes und dann würde ich sagen machen wir weiter mit der urock die urock ist auch von der iskra line hat auch 980 gramm im 100 schuss 25 mm preislich auch hier wieder zwischen 50 und 80 euro und ist eine f3 batterie und dann würde ich sagen gehen wir raus zur zündung so freunde jetzt im test die urock mal schauen wie die so ist ab 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 Also sehr schön das Teil, sehr schön. Untertitelung des ZDF, 2020